Emma, weißt du schon, dass wir neue Nachbarn haben? Warum bist du so glücklich darüber? Ich bin nicht glücklich. Ich sage nur... Hast du sie schon getroffen? Nicht wirklich. Aber vielleicht sollten wir das. Ja, vielleicht am Wochenende. Ich bin so aufgeregt. Hallo? Hallo Susanne, hier ist Keen aus Amerika. Keen aus Amerika? Du rufst mich nach so langer Zeit an. Echt schlimm. Ich komme nach Deutschland, Susanne. Oh, wie schön. Ja, ich habe einen Vertrag mit einer sehr großen Firma dort unterschrieben. Wann kommst du also? Übermorgen, am Nachmittag. Schade, ich fliege übermorgen nach Schweden. Oh, ich dachte, ich könnte bei dir übernachten. Mein Mann wird zu Hause sein. Du kannst gerne bei mir übernachten. Dein Mann wird dort sein? Ja, mach dir keine Sorgen. Du bist wie eine Schwester für mich. Er wird sich um dich kümmern. Vielen Dank. Wir sprechen uns später nach. Mach's gut. Wer war das? Du warst traurig, weil ich nach Schweden gegangen bin. Stimmt's? Ich habe eine tolle Überraschung für dich. Keen kommt uns besuchen. Bitte kümmere dich um sie. Ja, natürlich. Ich will nicht mit dir reden. Geh einfach weg. Warum bist du so wütend? Weil du immer hinter anderen Frauen her bist. Und ich habe genug von deinem Blödsinn. Wenn ich dich noch einmal dabei erwische, werde ich mich von dir scheiden lassen. Du willst dich von mir scheiden lassen? Hast du dich mal im Spiegel gesehen? Nein. Noch ein Wort aus deinem Mund und ich gehe zu Papa. Das ist mir egal. Ich finde es sehr respektlos, wie Emma mit mir gesprochen hat. Weißt du was? Ich werde ihr den Wunsch erfüllen. Ich werde einen Anwalt anrufen. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich will die Scheidung. Aber du klingst nicht wie meine Frau. Hä? Ich meine, ich will mich für ein paar Tage von meiner Frau scheiden lassen. Was meinst du mit für ein paar Tage? Ich meine, ich werde es ein paar Tage lang versuchen. Und wenn es nicht klappt, dann will ich wieder mit ihr zusammen sein. Haha, du bist wirklich lustig. Also, warum willst du dich von deiner Frau scheiden lassen? Ich will ihr eine Lektion erteilen. Ist sie mit einem anderen Mann zusammen? Nein, zumindest weiß ich das nicht. Wenn sie nicht die Schuldige ist, könnte dich die Scheidung am Ende eine Menge Geld kosten. Wie das? Du wirst ihr jeden Monat Geld geben müssen, damit sie ein anständiges Leben führen kann. Wenn du nicht so viel Geld ausgeben möchtest, schlage ich vor, dass du deine Frau glücklich hältst. Ein sehr guter Rat. Danke. Emma, es tut mir wirklich leid, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde das nie wieder tun. Außerdem werde ich nie wieder nach Geld fragen und auch mit keiner anderen Frau mehr sprechen. Versprichst du das? Ja. Hey, neue Nachbarin. Oh, du bist es wieder. Was machst du auf der Straße? Ich bin auf der Suche nach einem Taxi. Ich muss zum Flughafen fahren und mein Auto springt nicht an. Wenn du möchtest, kann ich dir helfen. Guck mal, mein Auto steht genau da. Bist du sicher, dass das okay ist? Ich hoffe, deine Frau hat nichts dagegen. Ich bin sicher, sie würde für dich dasselbe machen. Unsere süßen Nachbarn. Das ist schön. Ich danke dir. Ich habe noch eine Bitte. Eine Freundin von mir wird auch am Flughafen sein. Kannst du sie zu mir nach Hause bringen, wenn du zurückkommst? Klar, kein Ding. Ein Freund von dir ist ein Freund von mir. Wunderbar. Dann werde ich mein Gepäck holen und wir können dann fahren. Übrigens, was machst du eigentlich so beruflich? Oh, ähm, ich habe mein eigenes Geschäft. Ach, quatsch mal nicht von mir. Reden wir lieber über dich. Was treibt eine erfolgreiche Schauspielerin in einem Viertel wie meinem? Machst du Witze? Dein Kiez ist einer der Besten in der Stadt. Die Wahl ist also leicht. Der Flughafen ist gleich hier. Auf geht's! Kien, du bist hier. Hast du lange gewartet? Nee, ich bin gerade erst hier angekommen. Krass, dich endlich mal zu sehen. Das ist mein Nachbar Lukas. Der bringt dich dann nach Hause. Krass, dich mal zu treffen. Und ich muss sagen, du siehst echt gut aus. Haha, vielen Dank. Hat mich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen. Okay, Leute. Ich muss jetzt meinen Flieger erwischen. Wünsche euch eine gute Fahrt nach Hause. Bis bald. Wie weit ist das Haus weg? Nicht mehr als zehn Minuten. Du riechst sehr gut. Welches Parfum benutzt du? Ich kauf dir eins, wenn du es magst. Haha, es ist ein Damenparfum. Was soll ich damit machen? Schau mal, wir sind da. Hey, Emma, das ist Kien. Du hast mir versprochen, dass du nie wieder bei einer anderen Frau anbaggerst. Es tut mir leid, Emma. Ich liebe dich. Du Loser, komm hierher zurück. Bitte gebt diesem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.